hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von let's play Fallout Neo Vegas und hier können wir uns erst mal mit diesen netten gestalten hier mit 15 fps das ist so wunderbar da muss ich noch ein bisschen mehr ran sie verziehen sich besser ja klar mache ich hab ich also so ein bisschen anders aber im Grunde ja das ist kaum noch nette Log also quasi nette Leute ähm Kleinkalibergewehr Concord öh hallo will das Fenster operieren wie weit ist das hier ein Ort wo es von Kriegsgeld wieder mal den Mülltonen gibt und jemand na da ist niemand um die Zeit lang mit Geld drin es ist so schön das ist wunderbar ähm hi warum seid ihr fahr hey 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 eine welche gängig wieder mit her her hier war da agave frucht ja warte erstmal muss ich reprieren darf ich doch kurz ne Ich hab, hab ich eigentlich Dursthunger oder so? Dursthunger hab ich, 88. Ja, das heißt, da kann ich doch schon mal lecker was essen. Äh, ja, hier da zum Beispiel. Ja, hi. Oh. Ich hätte jetzt gedacht, mit einem Schuss war es das. Na toll. Wenn jetzt schon die Kuhle kommen, so früh, dann, äh, wird das nicht voll allzu leicht. Na toll. Ist das, ist die so ordentlich aus wie Wacholderbären aus? Honig-Misquite. Okay. Wie war Wacholderbären aus Skyrim sahen die aus? Fuck you. Goethe. Ist voll geil, ey. Ist voll geil, ey, euch zu töten, ey. Das wollte ich, ähm. Willst du mich bespringen oder was tust du da? Besorg dir meine vernünftige Frisur. Da, hast du jetzt. Hier. Okay. Ähm, Stimpack. Neu-Milometer Maschinenpistole. Huch. Das wollte ich nicht alles mitnehmen. Ich habe jetzt Sachen mitgenommen, die ich gar nicht dabei haben wollte. Oh, das Blutpaket. Lösen habe ich noch ganz viele dabei. Keine Ahnung. Irgendwas ist hier noch? Eine Tür. Sehr leicht. Eine Tür mit nix. Doch, sonst saß die Brüder. Auch nix. Yuka Cola. Oh, oh. Hydra. Energy, oder was? Ist das nicht so ein Rasierer oder so? Eine Nachladebank. What? What? Altmittel zu bleiben. What? What? Ach, da kann ich dann... Ach so. Ich kann da Munition erstellen, ja. Am Anfang wird sich das, denke ich mal, noch nicht lohnen. Ähm. Ich befreie euch mal, ne? Also auf die ein oder andere Weise. Befreie ich euch. Ich bin da nicht. Äh. Äh, hallo? So eine Tür hat normalerweise den Sinn, dass man da nicht so rauskommt. Ein toter Prospektor. Eine 10 mm Maschinenpistole. 9 auf Klops. Eine frische Birne. Herz 7. Korken. Rüstung. Ich bin wieder zu schwer. Das kann ich nicht mitnehmen. Siehst du mit dem. Eichhörnchen am Spiel. Besser als gar nichts. Und weiter geht's. Na toll. Ach so. Ich brauche irgendwas für Stärke erhöht. Kann nicht hier genau. Okay, du hast da. Ich kann damit wieder laufen. Und es macht gewerblich weniger. Das ist doch quasi eine Win-Win-Situation, finde ich. Da sind wieder unfreundliche Gestalten. Den möchte ich lieber nicht zu tun haben. Böhm. Da oben. Zu dieser schönen Statue. Möchte ich hin. Zum Mojava Outpost. Was? Was? Nein. Na toll. Ich weiß gar nicht, was das Beste da war. Oh oh. Oh oh. Das Ding ist... Das sind zwei große. Na toll. Okay. Was passiert eigentlich? Der Stachel ist glaube ich nicht so viel. Bleibt doch nicht so lange in der Animation. Ich werde sterben. Na toll. Wir haben wieder so viele... Äh, hallo. Äh, hallo. Äh, hallo. Tolle Sachen dabei. Naja, der jetzt nicht, aber... Diese Giftdrüsen. Und diese Giftdrüsen. Und diese Giftdrüsen. Und diese Giftdrüsen. Ähm. Den Yuka-Cola. Zum Beispiel. Kann man trinken. Denke ich mal nicht zu der Tankstelle. Lootet die. Sondern erst mal... Direkt dahin. Das glaube ich auch ein Händler meine ich. Und das wäre ganz nützlich für mich zumindest. Und das ist, äh... Das ist, äh... Ja. Echt... Brauchbar. Weil ich einfach mal viel zu viel wieder dabei habe. Was aber alles wert hat. Den ich, äh... An... Andere Leute verhökern muss, weil die damit nichts anfangen können. Aber sie mir trotzdem Geld geben. Versteht ihr? Da ist ein LKW der Autos transportiert. Das ist ja... Sehr logisch und effektiv. Eine schöne Statue, muss man ja sagen. Die ist ja wunderschön. Ein Typ, der einem Typen die Hand gibt. Der eine Typ eine Gasmaske auf. Sieht so aus der Rechte, ne? Also kommt doch kein normales Auto hoch. Was ist denn das für eine Steigerung? 45 Grad? Heilige Kacke. Mojava Outpost Baracke. Im Jahre 2271 trafen sich die Wüstenranger Nevadas und die Ranger der Republik Neukaliforniens an diesem Wort, um den Ranger-Vereinigungsvertrag zu unterzeichnen. Entsprechend dieses Vertrags stimmten die Wüstenranger zum Teil der RNK zu werden, sofern sie die RNK im Gegensatz den Hoover-Stow-Dom, New Vegas und das südliche Nevada vor der Legion schützen würde. Joa. Ne, bist du? Sergeant Kilburn. Sie müssen ja ganz schön irre sein, wenn Sie sich auf diese Straßen trauen. Äh, okay. Was ist denn das für ein Ort? Ein Außenposten der Mojava Outpost. Wir behalten eine große Menge nichts im Auge. Fühlt sich an wie ein Brahmin-Verschlag für Karawanen. Sie werden hier eine Weile angehalten und müssen warten, bis die Straßen nach Norden frei sind oder Ihre Freigabepapiere kommen. Sie sind wohl weit gelaufen. Wenn Sie den Staub runterspülen wollen, gehen Sie in die Kaserne. Da gibt's eine Bar. Nicht viel, aber besser als nichts. Heißt, hier sind 1000 Soldaten, bringt aber nichts, weil das ein sinnloser Ort ist. Oh, gute Verteidigung. Gibt es hier in der Gegendarbeit? Keine von der ich wüsste. Aber wenn Sie aus dem Norden kommen, dann können Sie freier reisen als die meisten anderen. Schauen Sie in der Kaserne nach. Vielleicht können Sie für jemanden wohin laufen. Aber Vorsicht auf dem Dach. Da liegen Scharfschützen in Stellung. Wenn Sie Reparaturen brauchen, dann gehen Sie mal ins HQ. Sprechen Sie mit Major Knight. Der hilft Ihnen, falls Sie Formulare ausfüllen können. Naja. Was sind das für Statuen? Die beiden stellen die Vereinigung dar. Sind vor allem mal Schattenspender nützlich. Wird nicht helfen, wenn die Legion kommt. Hm. Ja, ich gehe jetzt mal. Passen Sie auf sich auf. Stimmt, als Schattenspender wären die echt nützlich. Weiß nicht, wie auch immer. Ich glaube, du bist niemand. Bist du ein Händler? Hallo, brauchen Sie was? Nee, aber Sie. Klar, hier ist mein Sortiment. Ähm, erstmal die schweren Sachen hier. Diese Flammpatronenkanone. Kleinkalibergewehr. Ja, äh, diese Dinger hier. Der Dynamit. Ähm. Lederrüstung. Diese beiden Rüstungen. Der Atomic Cocktail, den werde ich auch niemals nutzen. Noch Sachen, die schwer sind. Kernspaltungsbatterien. Hülsenär nicht. Stangenzigaretten. Stangenzigaretten. Vorkriegsgeld. Das mache ich später. Äh, Schachtelzigaretten. Flammpatronen. Energiezellen. Ähm. Erst mal das Geld kriegen. Dann gucken, was der hat. Der hat jetzt den Packs. Okay. Äh, als nächstes. Was könnte ich noch verkaufen? Neun Millimeter. Bist ihm. Der hat aufbereitet das Wasser. Gucke mal. Dann hat der noch eine frische Birne. Wow. Ich bin quasi fast schon begeistert. Mini Nuke. Ach, nee. Nicht unbedingt das, was ich gebrauchen kann. 40 Millimeter Granaten. Ja. Die haben wir, glaube ich. Kann das sein? Ja. Ich nehme mal 5 mit. So, ähm. Und die Pistole. Und, äh. Dann könnten sie noch hier genau den Alkohol. Whisky und den Scotch. Und, äh. Psyche. Das sind meistens auch so Sachen, die ich nicht nutze. Mentats. Ja. Zum Beispiel. Kann man noch sonst was mitmachen? Brauchst du was? Ne. Okay. Warmi Cover. Warnier. Wer bist du? Hallo. Die seltenen. Da sind wohl die Schausschützen. Da brennt's. Da ist... Achso. Ne, nö, nö, nö. Wo ich nicht. Häufst du? Sehr cool. Major Knight. Der kann ja davon kommen. Kararane, Bürger, Pilger oder... Wettkurier. Ich trage das ins Logbuch ein. Überwache den ganzen Verkehr durch den Außenposten. Auch wenn wir momentan nur Eingänge und keine Ausgänge haben. Wenn sie den Befehlshabenden Offizier suchen, der ist hinten. Aber er hat eine Menge zu tun. Wenn sie was zu sagen haben, fassen sie sich kurz. Wenn wir uns ihre Ausrüstung mal ansehen sollen, lässt sie das machen. Falls sie die Arbeitsanweisung und die Anträge für Teile unterschreiben. Bürokratie. Ich würde mit ihnen gerne über Pum sprechen. Prim. Hayes Einheit ist da stationiert. Hatten wohl ein paar Probleme mit RNK-Sträfligen aus der JVA. Wie kann ich ihnen helfen? Naja, Prim sah schon besser aus. Stimmt. Es war mal ein vielversprechender Handelspost. Vor dem Ausbruch aus der JVA. Hab im Wiki Advance eine schöne Stange Geld verloren. Naja, wer sind sie? Ich bin Knight. Major Knight. Seit Ewigkeiten muss ich mich mit diesen Karawanen herumschlagen. Aber irgendwer muss das ja machen. Ja, klingt langweilig, ne? Ist gar nicht so schlimm. Falls Caesars Legion übernippten nach Westen vorrückt, dann liegt der Mojava Outpost hier direkt an der Front. Ja. Prim. Ja, ja, ja. Äh, Hayes hat zu wenig Leute und bittet um zusätzliche Unterstützung. Ich würde ihr helfen. Aber wir können keine Truppen entbehren. Wir müssen eine Grundbesatzung im Außenposten lassen. Befehle aus dem Westen. Ja, hier ein bisschen viele Leute. Wäre Prim. Und die Handelsroute unter RNK-Kontrolle wäre dem Westen geholfen. Das erscheint mir schlau. Ich werde eine Einheit per Funk nach Prim schicken, um denen dort zusätzliche Unterstützung zu bieten. Ja, ich hab Sachen, die repariert werden müssen. Alles klar, dann unterschreiben Sie bitte hier, hier und hier. Vielleicht könnte ich den so repariert lassen, das nicht. Diesen Helm wollte ich mir reparieren lassen, glaub ich, ne? Genau, und den seltener Granatwerfer mach ich mal. Und die hier. Ja, weh kann ich helfen. Hilfe? Nun, ja, Sie könnten mit Ranger Jackson sprechen. Vielleicht hat er was für Sie. Er leitet die Sache hier. Meistens schickt er nur Berichte nach Westen, die nicht gerade die besten Neuigkeiten enthalten. Wunderbar. Und was ist das für ein Wort? Wir kontrollieren hauptsächlich die RNK-Grenze. Wir sollen dafür sorgen, dass die Karawanen entlang der I-15 und des Highway 95 sicher sind. Weder der beste Posten, noch die beste Stellung. Aber es ist besser, als im Osten oder im Colorado zu patrouillieren. Da gibt es ziemlich viel Legion. Hm, ja. Sir? Ja, was ist da? Leute, warum so viele? Wer ist jetzt hier? Ja, der Scott hat nachgelassen. Ja, ja. Oh, hi. Sieht aus, als hätten wir einen neuen Besucher im Brahmin-Verschlag. Nicht viele Leute kommen hier eilig her. Die meisten sind nur auf der Durchreise. Für die Durchreise ist es aber ein denkbar schlechter Zeitpunkt. Die Straße nach Norden ist die Hölle. Da würde keine Karawane durchkommen. Sieht so aus, jetzt hätten sie hier mehr als genug Soldaten. Soldaten? Nein. Rekruten? Ja. Und dem Mojava Outpost ist befohlen worden, stets Truppen an der RNK-Grenze verfügbar zu halten. Würden wir eigene Leute schicken, hätten wir nicht mehr genug Soldaten im Außenposten und würden damit einen direkten Befehl aus dem Westen verletzen. Ja, ja, ja. Schickt die RNK noch mehr Truppen. Mehr Truppen, ja. Aber keine Verstärkung für den Außenposten. Truppen kommen hier nur auf dem Weg nach McCarran oder zur Front bei Fall on Hope durch. Oder sie haben Freigang und sind auf dem Weg nach Vegas, um da ihren Sold auf den Kopf zu hauen. Die kommen hier alle durch. Ja, sie klingen frustriert. Frustriert? Nein. Ich habe meine Befehle unterschrieben und bestätigt von der ganzen Befehlskette bis hoch zu Kimble. Ich verstehe auch ihre Gründe. Der Außenposten ist kein Legion-Ziel. Anders als Vegas oder der Damm. Aber wenn die Karawanen hier festhängen, dann wird das die RNK hart treffen. Egal. Wollt ihr nicht das Ohr abkauen? An manchen Tagen landen eben nur mehr Anforderungen und Tagesberichte als Ergebnisse auf meinem Tisch. Joa, kann ich doch bestimmt irgendwie helfen, ne? Nein. Ich weiß, das Angebot zu sch... Wissen Sie was? Ja, ich kann Hilfe brauchen. Und sie scheinen sich auszukennen. Die Karawanen müssen weiter. Das heißt, der Weg nach Norden muss geräumt werden. Aktuell kriecht einfach zu viel auf dem Asphalt herum. Klingt gut. Sind so sehr geschafft. Danke. Ich weiß, das zu schätzen. Kommen Sie wieder, wenn Sie fertig sind. Vielleicht kann ich Sie mit ein paar verlorenen Vorräten bezahlen. Glück auf dem Pfad gehabt? Äh, noch nicht. Nun, wenn Sie helfen können, wüsste ich das zu schätzen. Diese Karawanen müssen wirklich weiter. Eigentlich ist das so eine richtig wichtige Aufgabe, ne? Kann das sein? Ein Computer, der nicht funktioniert. Ein Arbeiterfunkgerät, was irgendwie nix bringt. Joa, und ich, der jetzt hier rausgeht, und die Karten macht. Also bis dahin, tschüss.